Achso, ich dacht ja, das wäre die andere. Von einer Frau in Brand. Wohl kaum. Jungfrau? Oh nein. Ja, auf das geht. Ja, ja, das alte Lude. Ich finde das. Nein, verschwinde! Rumbel, rubbel. Ah, wie immer mit deinem Boat wieder. Lauf uns immer noch rum. Von. Ja, war gut. Nein, das war ja die Frau. Die wusste gar nicht, dass ich es richtig ist. Das spießt ja gar nicht. Bitte! Die Sonne, du findest ja. Da warst du ja was? Polo Fritto. Achso, genau. Die Polos waren doch die Hühner. Die sind doch so die ganze Zeit. Ja, okay. Nein, ja. Nein, ich doch auch noch. Diesmal drücke ich die Stadt nicht an. So einmal kurz. Oh, wir machen das. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Flameface. Sponsor bei Tiki. So, jetzt hau ich die Schnauze. Jetzt hau ich mal, dass diesmal kein Glieder passiert. Ja, nach nem 720 MB-Pets, den wir gerade hier haben. Stimmt, stimmt, stimmt. Baboom. Das ist aber fies, dass er mich doch noch in der anderen Seite ist. Ja, gut, ist ein Boss. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh, was macht der denn hier? Nein. Oh, das hat nicht gern. Auf den Ball. Hals. Oh, du hast noch volles Leben. Nein. Hab ich jetzt nicht mehr. Du hast mich abgedeckt. Ach so, stimmt. Die anderen Monster können ja alle treffen in der anderen Welt. Das ist irgendwie ziemlich fies. Alter! Was? Boah. Okay, das... Ach nee! Das hab ich nicht mitbekommen. Das war... Klar, in unserer Welt war es Wasser wahrscheinlich. So, ich glaub, so machen wir ihn dann. Ja. Okay. Oh, ja, der ist dann nicht schick auf, ne? Ne? Ne, okay. Ganz scheinen Punkt bei Alna war. Oh, nein, komm schon wieder. Oh, nein, komm schon wieder. Boah, nein. was? Follow dich. Kap- U vessels! Neu... Oh, der hatte gar nicht die Hälfte, ist mir aufgefallen, hat zumindest nichts großartig gemacht und dann wurde die Lava in der Hälfte gemacht. Der war hat den Knacken, hat die Gähnere? Ich glaub schon. Jetzt der Augenblick. Oder ein Glas Wasser. Meinst du? Und? Das läuft schon, genau. Bis jetzt. Gebracht, ein Erfolg. Ausgelöscht. Los Tempel. Gucken. Oh jetzt fallen wir bestimmt wieder ganz weit runter, oder? Shuzun? Startunnen. Bing. Bang. Ah, es geht ab. Jetzt startet es wirklich. Ah, der verdammt. Zeit für einen Kracher, okay. Was sind wir denn mit für? Greif eine Wand, während du in die Geduldkeitsstücke irgendwo einen Ziegenanstieg durchzuführen. Okay. Jetzt hätte ich cool gefunden, wenn man so einen Metroid Morph Ball macht. Luft. Das wäre cool gewesen. Goat Clive. Das heißt, wir können wenn du richtig durchlaufen? Wenn du hochlaufen scheint. Okay. Wie hast du das gemacht? Hoch und Y, wie er gesagt hat. Ja, das ist komisch. Diesmal kein Dings. Was? Kein äh. Alter. Moment. Verdammt. Achso. Und dann kann man einfach gedrückt halten. Und wir gehen mal hier. Das ist ja krass. Man muss nicht mal gedrückt halten. Meinst du? Das ist einfach nur einmal gedrückt. Nee, Y gedrückt halten musst du nicht. Das stimmt. Aber du musst hoch weiter drücken. Damit er weiß, dass du hoch rennen willst. Oh doch nicht. Okay. Nein. Wie muss das? Ja. Oh. So. Jetzt hoch. Und dann. Ach ne. Wir haben schon alles. Ja. Wir haben schon alles. Achso. Hab ich gesehen. Weeeey. Nein. Prob ich mal. Kann ich runter drücken? Runter rennen? Weeeey. Oh. Nein. Oh. Okay. Ich glaub das war jetzt wieder so leicht. Hä? Das ist hoch. Oh. Da können wir ja jetzt gleich die Abkurze kriegen. Wahrscheinlich. Ah. Da können wir jetzt auch mal an dieser einen Minenstelle, wo wir die ganze Zeit gedacht haben. Hey. Ich zeig doch ein Pfeil hoch. Hoch rennen. Denk ich mal. Das kann sein, ja. Aber witzig. Das verbaut. Keine Energie. Oder sehe ich das falsch? Doch. Diese Ausdauer verbraucht das. Okay. Verbraucht das also auch. Ähm. Ach so. Deswegen. Ah ok. Ähm. Ach nein. Aha. Nein. Verdammt. Ähm. Hoch. Und dann. Und dann das. So. Was soll immer ich gemacht haben. So. Und so teleportier ich dich dahin. Wir haben nur 1200 und wir haben glaub ich das mehr. Ich glaub ich würde ewig dafür brauchen um das alles hinzufangen. Naja ich glaub wir haben Kostüme. Ich weiß gar nicht wieviel hat's noch. 35 jetzt. Oh. Tatsache. Habe ich das jetzt so sehr weggesagt? Naja ich hab grad. Gehen wir davon schaden? Ne davon bitte ich ja guck. Achso. Haha. Okay. Hä? Hast du jetzt Schaden bekommen? Du hast keinen Schaden bekommen. Ne guck du hast doch voll Leben. Oder? Genau. Das ist wieder runtergestoßen worden. Ne hier ist doch Glatteis. Oder? Hätte ich das falsch bekommen. Na dann. Warte. So jetzt haben wir's. Na ja boom. So haben wir hier irgendwo was was vielleicht noch her gehen müssen. Oh. Rechts sind wir ja schon mit Schaden. Ich glaub wir haben alles. Den Kriegstample haben wir komplett. Ja. Soll ich jetzt auch sagen. Na dann. Back to the Rott. To the Rott. Oh mein Gott. Moment. Moment. Oh. Verdammt. Hätte ja sein können. Wäre cool gewesen. Ja. Haha. Bock 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 bock. Bock bock bock. Bock bock bock. Bock bock. Meinst du? Probieren gehen du was du dir? Ne von da kommen wir. Hier links. Stimmt. Da haben wir doch versucht hier hoch zu springen. Ah ja. Und jetzt haben wir einfach. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ach so. Okay. Dachte schon. So. Sammeln. Moment. Kann man hier durch. Das sah aus wie so eine Linie. Vielleicht in Dingens. Wenn man hier nochmal. Ne ich glaub nicht. Ah das ist hier schöner. Ich will grad gucken. Ah. Das hab ich mir nicht gedacht. Okay. Hier können wir immer weiter 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 gehen. Oh ja. Das ist doch immer so. Oh. Ein Schattenhuhn. Oh mein Gott. Das ist wie Link in Darkwing. Wo gibt's denn? Wo kommt das denn? Nur in Ocarina of Time. Zumindest doch. Eigentlich müsste es nur in Ocarina of Time sein. Oh mein Gott. Wir müssen warten. Wie gesagt. Irgendwas schiebt. Oder. Ja. Schmeiß den. Genau. Schmeiß den. Ja. Schmeiß den. Ja. Ich muss. Ja. Ich hab den Hochsmash gemacht. Und da haben wir den Radius doch verupgradet. Moment. Da können wir hoch. Da kommen wir doch bestimmt hoch. Ja. So eine Frage. Oder? Doch. Guck mal. Da oben geht's her. Ja. Das kriegen wir noch hin. Nein. Halt dich doch fest. Verdammt. Ich glaub das geht nicht. Das braucht man auch nicht zweimal nach oben. Ne. Okay. Ich glaub das geht nicht. Schade. Wir haben das auf jeden Fall Maus probiert. Das ist schlimm. Hier können wir die Abkürze nehmen. Die Symphon laufen nicht so. Oh Gott. Oh Gott. Ich will double checken. Äh. Da könnten wir theoretisch hoch. Doch. Wir gehen da hoch. Dann kommen wir nämlich von der Seite aus dahin. Okay. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ein bisschen unkompetent. Oh. Alter Geier. Oh. Oh. Boah. Wo ich denn hier hänge. Was hängst du da so ab? Boah. Boah. Alter. Wir haben silberne Münzen bekommen. Tatsächlich. 4 Stück oder? Ne 3. Stimmt. Das finde ich krass. Ach da steht auch oben links. Suplex. Ah ok. Man muss nur mal ein bisschen lesen wahrscheinlich. Ja. Ja. Du 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 du. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Verlacht. Hey da waren wir doch oder? Das war es jetzt halt noch dunkel. Oh. Da waren wir noch nicht. Ruhe. Oh. Und noch mehr Leben. Und wieviel kriegen wir? Oh, gar nicht so schlecht. Immerhin, man nimmt was auch hin. Da ist noch die Räder. Ich muss immer mal wieder kurz gucken. Okay, da müssen wir auch hin und da können wir... Ah, da links ist blau. Ja, dann gehen wir noch hin. Oh, da war auch blau. Ja, wir müssen einfach nur hier rechts runter. Achso, ich war der. So, dann müsstest du irgendwo hier unten gewesen sein, ne? Jetzt hier, genau. Oh, das war nur... Dings. Ähm... Verwünschen oder was? Ja. Jetzt müssen wir gleich wieder davor. Oh... Wieso bin ich jetzt auf einmal wieder ein Huhn geworden? Ich war doch grad gar kein Huhn. So, wir müssen... Jetzt genau einmal komplett links. Wieso denn dann? Aber warum kann man denn nicht durchlaufen, wenn man in der Stadt von Welt ist? Das ist... Keine Ahnung. Das ist... Das ist... Das ist... Nein, du kriegst mich nicht! Naja, das ist... Er hat verfolgt! Das war bei Mario ein bisschen besser. Ja. Da konnte man als Kugel noch irgendwen... Einholen. Oh, wir haben schon wieder... Äh, Moment! Ich glaube, wir können jetzt den nächsten... Äh... Upgrade. Ein Stück Ausdauer... Ausdauer... Ausdauer wäre eigentlich... 3000... 3000? Okay, ich dachte... Ich hatte irgendwie weniger am Kopf. Ist ja komisch. Da müssen wir mal proben, ne? Ja, irgendwie müssen wir da hoch. Oder so. Moment! Das sollste probieren. Da ist, äh... Siehst du es? Da war doch der Hühnereingang. Genau, fuck. Jetzt spring mal hier hoch. Lass mal erstmal ganz hoch gehen. So, Moment! Moment! Verdammt! Wie kommt man denn da hoch? Moment! Scheiße! Wir können doch mal runter gehen. Oder wir springen erstmal hier drauf. Wir springen dann so und... Mensch, Donkey Kong! Geh mal hier weg! Geh kackeln! Verdammt! Wieso kommen wir da... Ich würde sagen, wir probieren es doch einfach nochmal von unten. Äh... Na? Ja? Ne, man muss... Nein! Moment! Sicher, dass man da... Ich komm... Ja, aber guck doch! Da ist doch extra hier dieses komische gelbe. Um zu verdeutlichen da einen Boden. Anscheinend, wie es komisch ist. Schicken! Nein! Kannst du dich in der Luft zum Huhn machen? Ne... Also, ja schon, aber... Ich glaube, ich interpretiere auch da wieder zu viel rein, oder? Weil sonst wird das ja auch da angezeigt werden. Ich glaube auch. Ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Ja. So, aber hier links hat man alles, ne? Ach, da müssen wir hin. Okay. Darum ist nämlich nur der komische Typ. Oh. Äh... So. Ah. Hm. Oh! Äh... Hä? Was? Der Hühner. Okay. Direkt bei der Küste landen. Ach, die bei der Küste. Ach, ja. Warst du denn da? Ostküste? Moment, nochmal. Äh. Ostküsten-Tour. Ach so, Ostküsten-Tour. Ich dachte, dass da vielleicht irgendwas gegen Bode ist oder wo. Kann ich hier Hühner einfach schnappen? Ich weiß nicht. Ach, Moment, hier gucken wir unten. Ne, ich glaube nicht. Ah, Moment. Stimmt, das war der Hühnerdieb, oder? Was denn? Das Hühner? Ich weiß nicht, eins von dem. Doch, ne. Okay, die hauen einfach mal ab. Ne. Unten und rechts war man nicht das blaues. Ne, hier unten. Ja, das heißt rechts. Hier rein. Und hier stimmt, hier war die Unendlichmine auch, ne? Und da ist er doch. Äh. Ja. Aber, ja. Kriegen wir jetzt. Jetzt sind wir da auch drin. Dann sind wir. Oh. Ja. 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 Da. Ja. Ja. Du. Vielen Dank.